so herzlich willkommen zurück hier bei the evil within und falls sich der ein oder andere fragt warum ich euch jetzt hier so begrüße ist nämlich folgendes passiert bei der letzten aufnahme ist das system abgekackt und ich habe leider die letzte aufnahme dadurch nicht mehr und das problem ist halt ich war schon ein wenig weiter nicht viel aber nun ja da ich also schlau bin und immer wieder denselben speicherstand benutze durfte ich jetzt das ganze spiel bis zu dem zeitpunkt hier nochmal spielen aber keine sorge ich habe nichts verpasst ich habe die beiden wo das muss noch ein raum der uns dafür ja klar der eine raum der uns fehlt habe ich noch gelassen ihr habt da also nichts verpasst und ich habe es auch soweit wieder hergestellt den spielstand dass also ich habe den spielstand soweit wieder hergestellt das vom aufleveln her ist auch genau dasselbe ist bis auf den kleinen unterschied dass uns ein bisschen weniger suppe zur verfügung steht für die 50.000 für den feiern was halt ein bisschen schade ist denn ich glaube besonders wichtig wäre es im nächsten kapitel die schon zu erreichen ob ich das allerdings schaffe ja ich würde mal sagen sieht nicht so gut aus so jetzt hoffe ich aber wenigstens dass ich würde nachladen das ruhig uns in ruhe lässt und hier nicht gleich wieder an ihr scheiß hat kommt so aber auch fiesig war eigentlich der annahme dass die ganze zeit von ihm weggehe und ins wort er direkt vor einem ja so ich glaube ja doch hier waren wir schon hier hat man das rätsel gelöst gehabt flüsschen brauchen wir nicht ich weiß auch gar nicht ob das jetzt sinnvoll war ok hier war noch keiner aber hier durfte ich versuche es einfach na geht doch hier haben wir noch ein tonbandgerät die probanden schreien und schreien aber sie sterben zu schnell individuelle einstellungen zeigen bessere ergebnisse die einzige frage ist auf welche region ich mich konzentrieren sollte angst hoffnung einwilligung vertrauen neid drei davon sind von zentraler bedeutung doch welche öffnet die türe ich würde ja mal sagen vertrauen aber da ich nicht so wissenschaftler bin wie rubik was weiß ich schon das wäre nicht eine kugel so und dann wollen wir uns mal nach unten begeben zum letzten rätsel hier war eine spritze ist natürlich voll du siehst mich nicht durch die scheiße hier da jetzt und tschüss was kräfte mich auch an scheiß vorhang ich weiß nicht ob die herrschaften jetzt schon wird wenn sie jetzt schon durch die tür kommen würden dann hätten sie es glaube ich schon längst gemacht und für die sie sich vielleicht für das karten ja ich sag mal rätsel ist es ja nicht wirklich karten teile sammeln interessiert haben nein am ersten kartenteil bin ich mal wieder vorbeigelatscht weiß bis heute nicht wo das ist aber das könnte ja nur jemand in die kommentare schreiben nein auch nein na toll so tschüss ja wir kommen jetzt raus ohne dass der wieder direkt vor uns rum spawnt und ah schreien gehabt jetzt müssen wir es noch mal schaffen ohne dass er uns wieder auf den keks geht so was haben wir hier noch schönes notiz aus musikzimmer am anwesen zwei welten getrennt durch einen zerklüfteten abgrund darüber gesichtslose beobachter sie verlachen die tragödie und unten hilflose opfer die alles verlieren okay so werde ich mich recht im sinne waren das hier oben 11 und hier zwei auf jeden fall ein hübscher nebenraum und hier sind wir beim letzten rätsel proband nummer 14 test 88 c vorbereitung limbisches system dritter versuch elektroden platzierung c4 stimulation des zingulären kortex zentrum der hoffen befeuerung der hoffnungsaktes verbessert das beherrschen des probanden aber es ist noch nicht ausreichend mhm ja einfach habe ich mich übelst erschrocken oder wo ich es erst mal gespielt habe wo ich dann mitgekriegt habe dass sich das auge noch bewegt schon creepy gemacht die klinik hat dieses jahr nicht die übliche spende deiner familie erhalten und warum sollten wir spenden hat die klinik irgendetwas von wert hervorgebracht deine familie hat bisher immer einen großzügigen beitrag geleistet wo sind deine eltern sie sind weg wann kommen sie zurück ich wollte dich darüber informieren dass die klinik hier nicht länger unterstützung und materialien zur verfügung stellen kann du wirst deine forschung kaum aufrechterhalten können wie kannst du es wagen hierher zu kommen und mir zu drohen ich würde jetzt sagen armer rubik aber nein nein brauchst du überhaupt nicht auf mich schießen die sack naja den dicken mal immer zuerst kalt jetzt sind die nochmal an so dass das hoffentlich ausgereicht er sieht so aus und hätte leider nichts von uns der dicke genauso wenig und man hat ja auch gesehen was mit rubik passiert ist auf jeden fall schwere verbrennung und wenn ich mich recht erinnere werden wir auch gleich erkennen oder gleich sehen wie es dazu gekommen ist sauberer schnitt gerade durch dafür hat der onkel doktor kein heilmittel mehr die makellose haut ablösen gedanken des gastes rubik also hat es schon in kindertagen eingefangen oder nachdem das passiert ist schätze mal was heißt ich schätze mal ich weiß ja was passiert ist aber nach seinen verbrennungen sich selber irgendwo eine Art zu heilen oder sich selber neue haut zu transplantieren wo wahrscheinlich alle ärzte gesagt haben dass es nicht geht ist und tschüss und tschüss das auch noch Hätte ich vielleicht nicht mitnehmen sollen. Und hier durch? Natürlich nicht. Hupsala. Aber so habt ihr den Tod auch mal gesehen. Wenn man schon im Vergleich zu meinem ersten Mal zocken, nicht so viele Tode miterlebt. Das ist vielleicht auch besser, sonst wiederholt sich da ständig. Oder die Szenarien. Doch geschafft. Ich hoffe schwerstens, dass ich das hier auch gleich packe. Ich werde es dir gesehen. Ja. Vorsicht. Die Suppe können wir, glaube ich, noch mitnehmen. So viel Zeit muss sein. Hoffentlich zumindest. War knapp, war knapp. Komm, komm, lauf, 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 lauf. Hier sind wir wieder in Rubik's Zimmer. Noch ein wenig Suppe. Und ich gucke mal. Nähe von der Suppe sind wir, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser aufgestellt. Die Zahl, die ich mir notiert habe, so von 28.400 war, wo ich das Kapitel schon durch hatte. Und hier sehen wir, denke ich mal, das Farmhaus der Familie des guten Ruben. Victoriano, so heißen sie. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wie er mit Nachnamen heißt. Halt, da war noch was. Hier war nichts drin. Das ist auch so seltsam, dass man dann erst den Fall nehmen kann, wenn man einen eingespannt hat. Auch ein bisschen unnötig. Aber vielleicht haben sie es ja beim zweiten Teil geändert. Weiß ich noch nicht. Das Let's Play wird wahrscheinlich rauskommen, wenn der zweite Teil schon erschienen ist. Aber ich nehme es halt hier noch davor auf. Aber irgendwo gab es hier noch Suppe. Oder habe ich die übersehen? Sippchen, wo bist du? Ich gehe jetzt nochmal kurz rum. Hm, vielleicht haben sie deshalb, oder stattdessen einfach Muni hingepackt. Schade. Hätte ich gern genommen. Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen. Ich habe ... Beifall vor dem Spiel zu befinden Michael E Chapman Ich habe ihn noch dort mal reicht. Nachdem zieht sich ein ganzes Land mit uns zu überlegen. Bekommen ich für das Ding mit Kunden zu überlegen. Wultur ist der Teil dieses Ab chaîne und das große Trend вечer... Für mich slightly ein bisschen zeigen. Wahrscheinlich manchmal sein neces δεν. Es sind deine Erkenntnis... Und du hast jealous aus einem obligator, Hey, ich glaub, da sind Kinder drin. Ich hab nichts gehört. Was zur... Blüßt da jemand? Öffnet die Tür! Proben! Robben! Bitte, du musst klettern! Scheiße! Ich sollte hier schnell raus. Da! Ja, das war die gute Laura, der wir ja schon begegnet sind. Und Ruben oder Simos Ruben sehr nahe gestanden haben. Wahrscheinlich so die einzigste, die sich wirklich mit ihm beschäftigt hat oder mit ihm auch gespielt hat. Warum so auch in seiner psychisch kranken Geisteswelt hier, äh, auch erscheint. Und... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR